Hallihallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us. Ich habe jetzt glaube ich eine Woche nicht mehr gespielt, ich weiß nicht genau. Okay, ähm. Ach, Dreieck, okay. Was war das? Testliste. Ähm, lesen. Äh, äh. 8.1, 8 Pillen Döschen besortiert, diese Döschen hier, bla bla bla. Was? Okay. Hm, gut. Schön. Haben wir irgendwo... Warte, 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 hallo was, ähm. Haben wir... Haben wir, haben wir... Haben wir glaube ich nicht. Moment. Mal gucken hier. So. Oh. Sind es bloß nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ja, hoffentlich. Ja, gucke mal, das... Na los. Warte mal, war nicht irgendwo... Ähm, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ach, Optionen ganz oben. Steuerung. Ähm. 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 Wo kann ich denn... Belegung? Achso. Hä? Ernsthaft? Hm. Naja. Ach. Da war Taschenlappe. Alles klar. Was haben wir da? Mhm. Okay. So weit, so gut. Achso, Fahrstuhl. Ich verstehe. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Okay. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ali. Wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja. Sicher. Patrouillenroute. Mhm. Eine Karte mit Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Ähm. Okay. Okay. Das war jetzt, äh... Ja. Ne? Okay. Sie oben nach, ob die Luft rein ist. Gut. Überhaupt nicht auffällig oder laut. Wie viele waren das? Zwei? Okay. Wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Wollen wir mal schauen. War hier irgendwas? Natürlich nicht. Okay. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. War hier irgendwas? Ich glaube, hier liegen nicht einfach so Sachen an der Gegend rum, oder? Bösen sind Schränken. Oh. Ähm. So. Gut. Wir müssen da hoch, äh... Mal schauen. Vielleicht haben wir hier ja noch... Natürlich nicht. Okay. Na, komm schon. Hier geht's lang. Oh. Ach so. Oh ja. Oh man. Hm. Verstanden. Danke. Siehe es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Da stell. Mit genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ähm. Unerwartet. Oh Scheiße. Ich dachte wir würden sie... Irgendwie aufhalten. Oh Scheiße. Hier. Waren das irgendwelche Scanner oder so? Oh mein Gott. Hat Malin uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein. Man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Hm. Eigentlich nichts. Ich glaub es nicht. Ach komm schon. Lauf. Lauf. Los. Los komm. Ähm. Ich wollte gerne Munition und Waffen bekommen. Oh yippie yay yay. Oh scheiße. Ich auch. Lauf. 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 Okay. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt aufstehen sollen. mit dem Licht weg. So. Ey das läuft ja jetzt. Gar nicht mal so schlecht. Hör die Taschenappe auf. Mann. Ja lass das Kind ruhig da hinten. Alles gut. Okay. Ah ich liebe dieses Spiel. Sie dürfen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Gibt's denn hier. Ab unten bleiben sonst sehen sie dich. Ö. Ach so usuf mir her. Alles klar. Wartet der jetzt so lange da, oder? Ja, scheiße, bestimmt, oder? Oh, sogar das haben sie an den... Oh, schön. Schön. Ja! Alter. Und jetzt? Scheiße. Kann ich ihn treffen? Er ist hier drüben! Alter! Weiß nicht. Scheiße. Ah! Dank der Kacke! So. Leck mich doch an Popo. Komm schon, Munition. Irgendwas? Was war das denn? So. Das... War noch gar nicht mehr so... So schlecht. Ja, sagt er doch. Ja, ganz cool, wenn ihr vorläuft. Achso, ja toll, ich muss wieder... Gott, Leute. Gott, Leute. Äh. Okay. Okay. Ich kann welche hören. Oh. ja schön wenn ich jetzt wüsste wo ich hin muss wäre das alles hier glaube ich ein wenig einfacher ja ja das war alles nicht sogar scheiße ach kacke da irgendwie rüber ja kommt scheiß drauf ok urlaubsbilder oder so was tut mir leid wenn ich jetzt ein bisschen um umher irre ich weiß einfach nicht ob ich hier richtig hier können wir durch wird anscheinend schon wir haben einen ganzen schuss haben wir das ist ja gar nicht mal so gut scheiße ok da hinten sind ich komme ich komme ich komme wir sehen uns noch nicht sehen wir aus ich versuche sie abzulenken ok ok was ähm ach fuck da war doch ein Stein Mist ähm geht er weiter bitte bitte ok 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 da da ähm ernsthaft ähm ernsthaft es war verdammt knapp Tess ich hoffe du bist es wert kleine ja auf jeden Fall Das hoffe ich auch. Okay. Okay. Das ist... Wunderbar. Das ist jetzt zwar nicht so geil gelaufen, aber... Naja, du bist ja auch aus Zucker, ne? Okay. Wie sieht's aus? Gar nicht mal so ruhig passend. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Ah. Ja, da hab ich wohl ein bisschen... Zu schnell und zu schlecht geschossen. Ach, Kacke, ey. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Äh. Das Spiel läuft noch frei herhoch. Verfolgung abbrechen und sexuelles Bericht erstatten. Ich glaub, sie sehen uns nicht. Verstand. Zu den Vorzeugen. Bleibt im Dunkeln. Aha. Die verarschen uns doch bestimmt, oder? Wie gesagt, ich hab das Spiel schon mal gespielt, aber irgendwie kann ich mich an diese Stellen und so einfach gar nicht mehr erinnern. Was eigentlich ganz geil ist, weil man jetzt alles nochmal neu durchleben kann, sag ich mal, ne? Das macht natürlich... Haben wir hier irgendwas? Oh, fuck. Ich brauch Muni. Na, warte mal. Ich kann doch... Gar nichts herstellen. Ich stell da ein Messer her. Achso. Okay. Anderes kann ich noch nicht herstellen. Okay. Okay, ähm... Ja. Ah, okay, wann wir hierher müssen. Lass mich rannen. Okay. Mich gerne... Oh. Ja, 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 komm. Ist du sicher? Nein. Ernsthaft? Sie sind noch da. Ach, komm schon. Ich schnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas brauchbares ist. Ja, irgendwas hab ich eingesammelt, aber... Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Natürlich nicht. Warum auch. Da ist auch nichts. Oh, Muni. Ja. Sehr gut. Gut. So. Da ist nichts. Oh, Mann, ey. Okay. Tete, 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 tete. Okay. Oh, warte, warte. Ach, schatze. Lut. Simon, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Okay. Sind die ja schon gefahren? Alles klar. Sind die ja schon gefahren. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie... ...hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor. Tess. Und das... ...das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hm, hm. Äh. Lama, Joel. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Hm, bei Sonnenaufgang. Dann würde ich sagen... Bis zum Sonnenaufgang. Denn ich werde diese Folge... Wollen wir uns hier mal so schön positionieren hier. So. Machen wir so. Ja, bis zum Sonnenaufgang. Äh. Ja. Ja. Schön, schön. Machen wir in der nächsten Folge. Ähm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.